Ja, dann kommen wir jetzt zu den ersten drei Plätzen, beginnend mit dem dritten. Und zwar haben wir da... Ach ja, okay. Hi Leute! Ja, der Koch-Video-Wettbewerb ist jetzt vorbei. Also genau genommen, gestern Abend habe ich das letzte Video ausgezählt. Und ich muss sagen, ja, es waren jetzt elf Videos und es waren wirklich elf super Beiträge, muss ich sagen. Also mir haben wirklich die Rezepte gefallen, die Videos gefallen. Und vor allem hat mir auch gefallen, dass jeder wirklich so seine eigene Art hatte, das irgendwie rüberzubringen. Der eine eher so ein bisschen verrückt, der andere hat sich halt gar nicht im Video gezeigt, hat dann dafür was anderes Besonderes gemacht. Ja, fand ich einfach super klasse. Und ja, in diesem Video würde ich jetzt gerne die drei Gewinner bekannt geben. Und eigentlich wollte ich ja auch in diesem Video jetzt eigentlich zeigen, was jetzt alles an die Gewinner verschickt wird. Also ich meine, die Kochbücher kennt ihr ja schon. Aber ich wollte ja noch eine eigene Box zusammenstellen. Allerdings habe ich das noch nicht geschafft, denn, ja, wie ihr wisst, haben wir im Hintergrund gerade noch ein anderes großes Projekt, was ziemlich viel Konzentration braucht. Und zwar das Restaurant, was wir in Rostock eröffnen möchten. Die Links dafür könnt ihr nochmal unten unter dem Video finden, wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Ja, deswegen habe ich das noch nicht geschafft. Aber demnächst will ich das auf jeden Fall noch machen. Also jetzt die nächste Woche oder so werde ich da schon ein paar Sachen zusammenstellen. Die Ideen habe ich schon dafür. Ja, wie gesagt, da kommt nochmal ein Video dazu, damit ihr auch seht, was die Gewinner denn alles genau bekommen. Okay, ja, ich würde gerne alle Videos nochmal kurz reinschneiden und vorstellen. Und zuletzt kommen dann die drei Gewinner. Die anderen Plätze werde ich jetzt, also ich weiß die Plätze zwar, aber die werde ich jetzt nicht ansagen. Also wer jetzt den elften Platz gekriegt hat und so weiter. Weil es eigentlich auch gar nicht wichtig ist, denn im Endeffekt geht es ja eigentlich um die ersten drei. Und das andere interessiert eigentlich keinen. Wenn ihr, also ihr elf Leute, das gerne wissen möchtet, also von eurem Video, welchen Platz das dann gekriegt hat, dann könnt ihr mir einfach anschreiben und ich sage das dann von eurem Video, wenn ihr es gerne wissen möchtet. Ja, da hätten wir zum Beispiel die Noralu, die hat eine Dattelspeise vorgestellt. Ein wirklich einfaches Rezept, aber effektiv sozusagen. Also, ja, war wirklich ein super leckeres Rezept und ich fand, das hat sie im Video wirklich super vorgestellt. Also, Daumen hoch dafür. Die garniere ich noch mit Kokosflocken und Mandelsplittern und ich sage euch, kühlt sie, stellt sie in den Kühlschrank und kühlt sie für ein paar Stunden, dann ist sie umso leckerer. Das war es auch schon, das war der ganze Zauber. Es ist nicht wirklich schwierig und auch nicht wirklich aufwendig. Es ist was ziemlich Einfaches und was ziemlich Leckeres. Dann die Romina, das war die, die jetzt noch zum Schluss noch mit reingerutscht ist sozusagen. Die hat wirklich super geile Oreo Pandas Cupcakes, also Oreo Panda Cupcakes gemacht. Und, ja, fand ich wirklich sehr ausgefallen. Also, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich fand es einfach ausgefallen, total süß, wie diese Pandas aussahen. Und für jeden Kindergeburtstag oder auch Erwachsenengeburtstag wäre das auf jeden Fall eine super Sache. Ja, auf jeden Fall eine super süße Idee und, ja, das Video fand ich auch super klasse. Also, wirklich top vorgestellt. So, das war also unser kleines Tutorial zu diesem wunderschönen Oreo Panda Muffin. Äh, Cupcakes Oreo. Gefallen! Scheiße, nochmal. Okay. Ja, dann die Jen, sie hat eine Spitzkohlpizza gemacht. Wirklich super Rezept und man konnte im Video auch so ein bisschen ihren Garten sehen. Ja, und ich fand das Video wirklich super gemacht, dass sie wirklich das Gemüse aus ihrem eigenen Garten holt und dann verarbeitet. Und das Rezept war wirklich auch super klasse. Und von der Spitzkohlpizza hatte ich zumindest vorher noch nicht gehört. Ich habe das Rezept jetzt leider noch nicht ausprobiert bisher. Aber, ähm, das werde ich auf jeden Fall noch irgendwann mal tun. Jetzt muss man das auch mal probieren. Ist ganz lustig, sich selber beim Essen zuzuschauen. Uns hat die Pizza super gut geschmeckt. Das Blech hat einen Tag gehalten, dann war es weg. Jetzt kann man nochmal eine Portion im Format sehen. Echt ganz lecker. Mit einer essbaren Blume dabei, eine Kapuzinerkresse. Ich sage jetzt nur noch, viel Spaß beim Nachkochen, beim Inspiriertsein, beim Variieren, beim Ausprobieren. Und danke fürs Zuschauen, für die Aufmerksamkeit. Tschö. Ja, dann der Danny. Der hat dann wirklich ein super geiles Rezept gemacht. Es war auch ein bisschen komplizierter auf jeden Fall. Aber, ja, wie gesagt, war wirklich ein super Rezept. Und zwar kriegt er zusammen eine Maronen, eine Rotwein-Maronen-Pastete mit Maccair-Kartoffeln und Apfel-Feigen-Chutney. Ja, ein super geiles Gerät, war wirklich so für Festtage, zum Beispiel Weihnachten, Ostern, was auch immer, wirklich super gebrauchen kann. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen komplizierter gewesen. Aber, ja, wenn man halt mal so eine Festivität hat oder so ähnlich, dann kann man da ruhig mal ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt die Fragen einfach in den Kommentaren. Ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über jeden Daumen hoch. Ja, das war Danny mit dem Kochvideo zu der Rotwein-Maronen-Pastete im Betteteigmantel. Dazu Maccair-Kartoffeln mit einem Apfel-Feigen-Chutney. Guten Appetit. Dann hat die Johanna sahnig-knackige Brokkolin-Nudeln gemacht. Wirklich auch wieder ein einfaches Gericht, aber sehr lecker. Und, ja, so eine Gerichte mag ich auch immer sehr gerne, denn die kann man so hoch, ja, schnell nebenbei machen, wenn man so nur ein paar Zutaten wirklich zu Hause hat. Ja, hat sie wirklich super gemacht, super vorgestellt und ein sehr leckeres Rezept. Und schreckt sie ab und dann gebt ihr sie mit in die Auflaufform, vermengt sie da gut mit dem Sahne-Brokkoli und schmeckt das Ganze nochmal mit Salz und Pfeffer ab. Und damit sind die Nudeln auch schon servierfertig. Und damit haben wir super leckere Nudeln mit knackig-aromatischem Sahne-Brokkoli. Ja, und die Katharina hat ein Massaman-Curry gemacht, also mit Pofu und so einer ganz speziellen Würzpaste. Sah auf jeden Fall sehr lecker aus und was ich bei ihr auch sehr lustig fand, ist, dass sie das Video sozusagen in meinem Stil gemacht hat. Also wie am Anfang sich hinstellen und irgendwie mit so Schneideffekten die Zutaten vorstellen und am Ende dann auch mit dem obligatorischen hmmm probiert. Ja, habe ich sehr gelacht bei dem Video, fand ich wirklich super. So, jetzt nochmal aufkochen. Jetzt nochmal ein bisschen, damit die Kartoffeln nochmal richtig warm werden. Und dann sind wir auch gleich schon bereit zum Anrichten. Ja, die Ella hat ein Walnuss-Rucola-Risotto gemacht. Wieder ein sehr einfaches Gericht. Aber ich finde, ja, gerade die einfachen Gerichte sind auch immer die besten, weil man die auch wirklich mit höherer Wahrscheinlichkeit nachmacht. Ja, finde ich zumindest. Ja, und das Ganze hat sie wirklich super im Video vorgestellt. Zum Schluss kommt zum Risotto noch ein bis zwei Esslöffel der Walnuss-Soja-Creme dazu, damit das Ganze nochmal so ein schön cremiges und nussiges Aroma bekommt. Dann zum Ende nur noch alles auf einem Teller servieren und die restliche Walnuss-Creme über die Pilze geben oder eventuell auch nochmal ein Klecks auf euren Risotto und schon seid ihr fertig und könnt euer leckeres Risotto genießen. Dann haben wir noch eine Nice-Creme oder eine Nice-Creme von Sabrina. Und zwar war das eine zweigeschichtete Eiscreme aus Kiwis und Bananen. Ja, im Grunde ein sehr einfaches Rezept. Allerdings hat sie das in einem Stop-Motion-Video dargestellt. Also die Bananen haben sich von alleine geschält, die Kiwis haben sich von alleine geschält und so weiter und so fort. Alles ist über den Tisch gewandert. Ja, fand ich wirklich super geil gemacht. Und ja, dicken Respekt dafür, denn ich habe sowas auch schon mal versucht und habe es dann irgendwie sein gelassen, weil mir das irgendwie zu viel Frickelarbeit war. Und da haben sich ja einige von euch unter dem Video beschwert, dass das Rezept viel zu einfach ist für einen Koch-Video-Wettbewerb-Beitrag. Allerdings muss ich da sagen, es ist ein Koch-Video-Wettbewerb und kein Rezept-Wettbewerb. Das heißt, da zählt wirklich alles zusammen. Und wenn sie halt richtig viel Arbeit in das Video gesteckt hat und da irgendwie was total Innovatives und Besonderes gemacht hat, und das war es, das war das Einzige dieser Art in dem ganzen Wettbewerb, dann gleicht es das aus, dass das Rezept einigermaßen einfach war. Ja, also wie gesagt, super Beitrag. Ja, dann kommen wir zu den ersten drei Plätzen, beginnend mit dem dritten Platz. Und es ist die Aubergine-Lasagne von Martina. Ein sehr geiles Rezept, wo sie halt mit Aubergine eine Lasagne gezaubert hat. Wirklich sehr, sehr lecker. Und das Video fand ich auch ziemlich lustig, denn irgendwie, ich glaube in einer Szene hat sie so den Clublauf auf den Tisch geworfen und hat nachher auch in den Outtakes gezeigt, dass sie halt auch ein paar Mal daneben getroffen hat. Ja, ich fand das wirklich sehr lustig umgesetzt, sozusagen. So, jetzt probiere ich. Ja. Hm. Hm. Oh ja. 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 Dann auf Platz 2, auch einer meiner Favoriten. Und ja, ich habe mir auf jeden Fall gewünscht, dass er ziemlich weit oben sein wird in der Wertung und hat ja auch funktioniert. Und zwar ist es der Christian mit seiner Wildreis-Shitake-Fanne. Ähm, ja, ich fand sein Video wirklich super klasse. Also ich habe mir das ein paar Mal angeguckt, zumindest den Anfang habe ich ein paar Mal angeguckt. Ähm, also total locker rübergebracht. Ich meine, kennt man wahrscheinlich auch von deinem Kanal. Aber total locker rübergebracht. Ähm, den Anfang, den, äh, können ich schon fast nachspielen. Irgendwie so, ja, hallo, hier ist der Christian von Christian Goes Vegan. Aber heute go ich nicht vegan. Heute gehe ich, äh, Kochwebbelwert bei KochsVegan. Ja, fand ich einfach super geil. Und auch, ähm, der ganze Rest, wie du es rübergebracht hast. Auch das Rezept, dass es wirklich, ähm, keine genauen Mengenangaben hatte. Sondern man das einfach so, ähm, ja, nach Gefühl zusammenschmeißen kann. Gefällt mir persönlich sehr. Ja, auf jeden Fall, klasse Video und verdienter zweiter Platz. Und quasi ist es dann fertig. Ja, so sieht das dann letztlich auf dem Teller aus. Und ich mache dann meistens noch ein bisschen Petersilie oben drauf. Und ja, damit ist es fertig. Und mein absolutes Lieblingsgericht, ich kann es nur empfehlen, Mengenangaben und so weiter. Wie gesagt, probiert es selber aus. Die Kombination von den Kurkuma, von dem Fenchel, von Cashew und alles was drin ist, schmeckt einfach gigantisch. Mein absolutes Lieblingsgericht, meine Empfehlung für euch und viel Spaß damit. Und Platz 1. Ähm, die Punkte, wie gesagt, verrate ich natürlich nicht. Aber in dem Fall kann ich wirklich sagen, mit Abstand. Also ich habe ja euer, das HPS-Bewertungssystem öfter schon erklärt. Und, ähm, ja. Bei keinem waren wirklich so viele Daumen hoch. Und sie hatte auch noch am meisten Klicks und trotzdem so viele Daumen hoch. Äh, war wirklich super klasse. Und zwar ist das die Anna mit ihrem Apfelkuchen, beziehungsweise mit Elfriedes Apfelkuchen. Ja, wirklich super geiles Rezept. Ähm, hat man auch schon, als das hochgeland wurde, in den Kommentaren gemerkt, dass das wirklich, ähm, sehr, sehr beliebt ist. Einfach einfach mal ein anderer Apfelkuchen als immer mit, äh, viel Teig, sondern wirklich mit, ja, mit einer schönen Apfel-Puddingcreme als Füllung und einem Mürbeteig. Ja, fand ich wirklich ein super geiles Rezept und, äh, auch verdienter erster Platz. Ja, herzlichen Glückwunsch den ersten drei Gewinnern, also den ersten drei Plätzen. Und, ja, wie gesagt, demnächst werde ich noch ein Video machen, ähm, dazu, was es halt für die drei gibt. Und ich habe ja auch damals gesagt, dass die ersten drei sich die Bücher aussuchen können. Das heißt, als erstes kann sich jetzt die Anna für ein Buch entscheiden. Ich schreibe euch auch nochmal an. Dann der Christian und dann die Martina, was sie gerne für ein Kochbuch haben möchten. Ähm, ja. Oh, ich verabschiede mich erstmal fürs Erste bis zum nächsten Mal, wenn ich, ähm, ja, die ganzen Sachen, die ich jetzt demnächst hoffentlich mache, zusammengestellt habe. Ja, in diesem Sinne, ähm, war ein wunderbarer, wunderschöner Kochvideowettbewerb. Hat ja zwar echt lange gedauert, aber ich fand es super, dass es so geklappt hat und dass es, ähm, ja, ganze elf Teilnehmer wirklich waren. Also am Anfang hatte ich echt ein bisschen Angst, dass das, äh, dass ich nicht mal auf vier Teilnehmer komme oder nicht mal auf drei Teilnehmer. Ähm, aber dann zum Schluss kamen so viele Einsendungen immer wieder rein, dass ich dann, ja, wirklich da Mut gefasst habe, dass es dann wirklich bis zum, ähm, März, ja, starten kann, sozusagen. Ja, hat mir wirklich, wirklich, hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, das umzusetzen. Und ich fand eure Beiträge, wie schon gesagt, einfach alle klasse. Also ganz egal, welchen Platz sie jetzt bekommen haben, ist völlig wurscht im Endeffekt. Ich meine, im Endeffekt, dabei sein ist alles. Ja. In diesem Sinne, bis nächste Woche hoffentlich. Und, ähm, habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.